Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mathira, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie erst wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach genau! Das Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen zur Radio SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederverreistiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbieten... Ist das Feiglinge? Verreist ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das geschmeißte Stolz und Freude! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militär-Malationen nur behindert! Es hat mich jeden Morgen festgelegt... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von der anderen Angehörer-Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Ackerung hier.